Der umstrittene neue Präsident Argentiniens, Javier Malay, ist in Buenos Aires vereidigt worden. Wegen der hohen Inflation in Argentinien will Malay die Wirtschaft im Land radikal umbauen. Im Wahlkampf hat er unter anderem angekündigt, den US-Dollar als Landeswährung einzuführen. Er sprach sich gegen Abtreibungen und Sexualkundeunterricht sowie für die Freigabe des Organhandels aus. Er leugnet zudem den menschengemachten Klimawandel. Im Parlament ist Malay allerdings auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen.